Die irgendwie, ja, so voll leicht zu ertragen sind, oder? Geht ja nicht. Das ist der Vollsten wäre es, wenn wir uns 10 Strafen für die überlegen und die sich 10 Strafen für uns. Ja, weißt du, was da bei uns für Sachen rauskommen würden? Ja, weißt du, was da bei denen für Sachen rauskommen würden? Ey, dann wird das so sein wie, oh, ihr müsst schon in einem Blümchen wiesenlaufen. Du bist so ein Schwätzer, der das hat, wich, wa? Du bist so ein verkackter Schwätzer, als wenn du den Ausgang schon gefunden hast. Ja, der ist mir gerade auch schon entgegengekommen, der Bobby. Nein, Sackgasse, Hammer, uncool. Erstmal ein Stückchen trinken. Weißt du, wenn die für uns Strafen aussuchen würden, dann wärst du Sachen wie, lauft über eine Blüm, wie sie und sammelt ein paar Gänseblümchen. Das halte ich aber für ein Gerücht. Und wenn wir die machen würden, dann heißt das, alles klar, der Verlierer, dessen Auge wird erstmal schön fixiert, dann gehen wir da ganz langsam mit einem Spitzenskalpell rein und schneiden den Augapfel raus. Ja, genau. Alter, hier ist ein neues Gebiet, oder? Hier war ich doch noch nicht. Oder die müssen über diese Blumenwiese rennen und sich die Blumen in den Arsch stecken. Das ist auch eine geile Strafe. Okay, Peter sagt, wir werden im neuen Gebiet. Erstmal hinlaufen. Ich hab eiskalt meine Rechtsrum-Taktik immer weiter benutzt. Alter, das gibt's einfach nicht. Das Witzige ist, hier ist ja so ein Teil einfach. Ich glaub, wir müssen da hin, wo das ist. Das halte ich mal wieder hier. One in a row. Okay, machen wir das mal hier so. Was ist hier? Hier stimmt man doch, oder? Moment, das ist jetzt hier aber mal ganz interessant. Ja, das ist mega interessant. Denk dir mal lieber ein paar Strafen aus. Echt, man fehle da Mombo. Wir müssen in den Wasserlabor rennen, da kann nix interessant sein. Außer da Wasser... Also Dennis, wir müssen doch irgendwie da hinkommen. Wir hätten doch rechts rum gemusst, oder? Ja, du kannst doch eher rechts rum nicht. Ja, toll Dennis. Was soll das denn immer, ey? Ja, ich verstehe auch nicht, warum man nicht rechts rum kann. Mal gucken, ob ich jetzt sterben werde. Warum lachst du jetzt bei dem Wort schon wieder? Ich hab wieder eine Richtungsangabe gemacht. Du hast das Wort aber so betont. Darf ich überhaupt nicht? What the fuck, jetzt ist hier noch ein Wasserlabyrinth? Jetzt bin ich in der Etage tiefer und jetzt ist hier noch ein fucking Wasserlabyrinth, oder was? Ja, fang an zu weinen, bitte. Komm schon, ich kann nicht so wieder, wo du hingekommen bist. Oh Mann, ey. Ja, Strafen aus Singen, das haben wir wirklich vor allem für sich selbst. Da denk ich mir jedes Mal, boah, nee. Also in Ruhe, ich find die Idee mit dem Ruhe... Alles klar, pass auf, weil der, 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 einer der Leute, der im Gegnerteam dabei ist, den wir alle kennen. Wir kennen alle. Ja, aber den... Ach, stehen jetzt schon alle fest, ja? Die, die feststehen, kennen wir zumindest. Ach so. Boah, du meinst den, der noch nicht bekannt ist von denen? Nee, nee, ich mein den, der als Dritts quasi im Bunde ist. Ja. Ja. Der hat mich nämlich angerufen und hat gesagt, wenn wir das bis heute Mittag nicht geschissen kriegen, denken sie sich heute aus. Im Ernst? Ja. Das ist aber nicht gut. Als wenn die sich heute ausdenken würden. Ja, die sagten, also, und der, dessen Namen wir nicht sagen dürfen, weil er unser Producer ist, der hat mich auch angerufen. Und sagte immer, ey, wo ist die Liste mit den 20 Dingern? Wieso müssen wir überhaupt den Scheiß da drin aufnehmen, ey? Das war ja überhaupt nicht unsere Idee. Ja. Alter, ganz ehrlich, Dennis, wollen wir uns nicht zu Peter teleportieren. Alter, was seid ihr für Pussis? Ja, Dennis rennt mir schon die ganze Zeit hinterher und schlägt mich nur. Ich muss sich der zweite Mann ausgeschlagen. Dennis ist ein bisschen unproduktiv. Ohne Spaß, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich mach jetzt einfach Peters immer Rechtslauf-Taktik. Ja, die hat bei mir zu was geführt. Ja, aber jetzt rennen wir ja schon wieder den gleichen Weg, wo wir da gerade langgelaufen sind. Nee, aber wir sind doch gerade am Angang gewesen. Ja, aber hier sind wir doch schon mal gewesen. Warum bist du eigentlich so langsam? Guck mal, jetzt schwing deinen komischen Wüstenarsch mal hier durch die Gegend und freu dich daran, dass du mal Wasser siehst. Ja, aber hier sind wir gerade schon gewesen, Dennis, ohne Spaß. Ja, jetzt laufen wir einfach hinterher und shut up und take my money. Man ist jetzt hier echt in der Kruz. Man will nicht, dass sich die anderen Strafen ausdenken. Aber man hat ein Problem, sich selber welche auszudenken. Jetzt mach dir doch keine Gedanken darüber, was der Sinn des Lebens dahinter ist. Denk dir einfach ein paar verkacktes Grafen. Ja, sagst du doch so einfach. Denk dir doch selber mal welche aus. Ich hab schon welche. Okay, ich hab drei Stück auf Anhieb. Ja, dann sag doch die mal. Ja, und zwar in Paint oder in einem anderen Malprogramm muss man sein eigenes Team möglichst gut darstellen lassen. Oder wenn du meine Zeichnungen siehst, dann ist es auf jeden Fall lustig. Ja. Ja, dann wie gesagt, Singstar war meine Idee und Just Dance. Am Arsch, Singstar war nicht deine Idee und Just Dance steht auf dem Plan. Ja, genau. Und Just Dance stand man auf dem Plan. Und ich hab das mit dem rohen Ei gebracht. Also Peter, du hast noch gar nichts gebracht. Am Arsch, ich hab Singstar gebracht. Am Arsch, hast du Singstar gebracht? Jetzt sieht hier irgendwie alles gleich aus. Bin ich noch eine Etage unter euch? Ja, keine Ahnung. Wir machen gerade die Rechtslauf-Taktik. Jetzt bist du ja längst gelaufen, Dennis. Ja, da ging nicht mehr recht. Alter, ich raus da aus. Dieses Labyrinth durchlaufen, ey, das ist auch eine Strafe. Ja, wir müssen die Leute einfach das Labyrinth durchlaufen. Jetzt mal ohne Spaß. Jetzt zwar ganz ehrlich. Jetzt müssen wir ganz kurz davon abweichen. Ja, ist okay. Boah, ich weiß, wo wir sind. Oh, wir sind schon wieder hier. Ja, aber hier sind wir an dem neuen Punkt. Ja, aber hier ist eine Sackgasse. Ganz ehrlich. Ja, Moment, jetzt nehmen wir einfach die andere Seite der Wand und laufen weiter. Nein, du wartest ja nicht zu mir. Boah, das ist doch Hammeröde, das Scheiß. Boah, die lassen doch mal ein paar Balls wachsen. Das kann nicht wahr sein. Du hast dir in der Wüste verloren und von den Kamelen abkauen lassen. Ja, habe ich. Da sind wir gerade hergekommen, du Vollpfosten. Ja, halt doch die Fresse, du Lutscher. Gib mir auf die Eier, ey. Ja, weißt du, wenn ich nicht wäre hier, dann würdest du mir auch fünf auf fünf beim Kreis treten. Wow. Fick dich doch ins Knie, ey. Ja, ja, fick du dich mal ins Knie. Boah, ohne Spaß denn das Hartwig. Ja, wenn du morgen hier bist, dann kriegst du das mit dick einer rein. Ja, morgen ist Mittwoch, du Mongo. Ja, dann kommst du seit Donnerstag, steck dir mal einen Schlauch in den Arsch, ey. Ja, war geil. Dann kannst du mal ordentlich ziehen, hast du schöne Nikotin-Analtherapie. Boah, jetzt sind wir doch schon gewesen, du Fickgesicht. Wir retten im Kreis. Das haug ich nicht. Du bist dein Fickgesicht. Was ist das denn hier für ein Gitter? Ja, ja, da haug ich nicht. Du gehörst hinter das Gitter, du Lutscher, ey. Analritter... Hier waren wir auf keinen Fall schon. Ohne Spaß, das hier kenne ich nicht. Hier war ich aber schon. Hier ist du deine fucking Sackgasse, weil du einfach keine Ahnung hast, du Scheiß, Mongo. Du bist ein verkackter Lutsch-Mongo. Du bist ein Lutsch-Mongo. Hier ist eine Sackgasse, du Arschkrieg. Jetzt geh in deine verkackte Sackgasse rein, du Lutscher. Komm, hau ab. Jetzt lass mich hier langlaufen, du Fickgesichtiger Mongo. So. Hier ist nichts. Aber kannst auch zwei Meter gucken, ja? Haben deine Augen noch nicht so weit versagt? Der Glanz des Goldes hätte mich jemand blind gemacht. Alter, das ist aber auch ganz schön extrem, dieses Labyrinth, ey. Alter, wir sind schon wieder am Anfang. Das ist auch ganz schön. Ihr seid echt schon wieder am Anfang. Hier ist der Anfang schon wieder. Boah, ihr habt keinen Blick mehr auf die Scheiße. Die Scheißtaktik funktioniert nicht. Hey, was ist das denn hier? Hier ist der fucking Anfang. Ey, geh doch da hoch. Lass dich doch von deinem Vater da hoch teleportieren. Soll ich teleportieren, wenn ich jetzt so gut bin? Nein! Was soll ich denn machen, ey? Soll ich die nächste halbe Stunde noch hier rumlaufen, oder was? Bravo, was machst du denn? Ich laufe jetzt. Jetzt komm doch mit, du Lutschi. Du bist echt so inkompetent. Weil ich sag's dir, wenn man mit dir Daisy spielen würde, könnte man auch genauso gut in der Fackel durch den Wald trennen, in einem dunklen Wald und sagen, ey, wo ist das Licht? Na gut, das ist bei uns aber nicht anders. Ey, wo ist das Licht? Ja, aber mit Hardy, obwohl ich eine Fackel in der Hand habe, würde ich sagen, ey, wo ist das Licht? Ja, du schon? Das ist ja das Traurige daran. Ach so, das Traurige? Oh mein Gott, denn was ist das denn? Du bist so ein Lutschmongo, wa? Ohne Spaß. Boah, auf der zweiten Etage gibt's jetzt hier auch noch... Boah, nice, hier kann man runter. Hammer, nice. Der Bram, labbar, so eine Scheiße, das ist der Hammer. Scheiße, ich war nicht schnell genug. So ein Mongo, ey! Spacken! Oh Gott, ey, wo sind wir denn hier? Boah, ohne Spaß, der ist Hartwig, ey. Ich will nicht, dass du mit mir spielst. Ich sag dir, ich wette bei LMS, werde ich dich teamkillen. Ich wette bei LMS, werde ich dich teamkillen. Toll. Ja, und dann sorgst du uns dafür, dass wir verlieren. Ne, und dann gewinne ich einfach noch. Ja, wenn wir dann verlieren, ich mach die Strafe dann nicht, du machst die dann mal im Team Team. Klar, die spezielle Strafe machst du dann, und zwar Lutschmongos essen. Kriegen wir nicht auf öfters schnell irgendwo solche Elektroschock-Dinger her? Klar, hier hinkbar mir ein Schreck. Für jeden Teamkill gibt's so, gibt Chris eine Gewicht oder so? Ja, immer krieg Chris eine Gewicht. Egal wer killt, immer Chris. Alter. Boah, hier ist das Licht, Hadi. Boah, das ist Peter, das Labyrinth ist so motivierend, ohne Spaß. Das macht einen echt fertig, ja. Ich glaube, da ist auch der Sinn dahinter, dass man psychisch am Ende ist irgendwann. Ja, aber entschuldigen wir bitte, ja. Oh Gott, ich kann nicht. Lass mich zurück, Dennis. Ja, das ist so, da musst du mir nicht zweimal sagen. Als ob ich meinen Arsch für dich riskieren würde und ich irgendwie rette, oder so. Ja, weil ich meinen Arsch für dich riskiere. Ohne Spaß, du bist so undankbar. Boah, hier ist schon wieder eine Sackgasse. Sackgasse. Ich bin, seitdem ich gesagt habe, ich bin unten, bin ich jedes Mal rechts rumgelaufen. Ohne Witz war, dass der noch eine zweite Etage machen muss. Ich meine, ich hätte eine mal gereicht hätte, oder so. Nein, wir müssen unbedingt zwei davon machen. Wahrscheinlich geben wir uns sogar noch eine dritte Etage. Ja, Hadi. Ist das okay zum Wein? Ja, voll gerne. Aber schnittfesten bitte. Schnittfesten Wein? Ja. Wir sind doch hier gerade schon gewesen, du Pissnilke. Ja, ey, warum... Wir sind hier schon gewesen. Jetzt dring deine Vogelsinne doch mal an, deine Papagainowitschirr. Ja, du laufst schon wieder die... Ja, ich lauf jetzt nicht mehr hinterher. Du rennst immer die gleiche Richtung und immer den gleichen Weg im Fall. Da hab ich keinen Bock mehr drauf. Warum rennst du mir denn auch drei Runden hinterher, du Luschi? Weil du gesagt hast, folge mir, du du, wenn du rötst, ditte. Boah. Das ist mir gar nicht gesagt. Wo komm ich denn hier durch? Ey, da müssen wir doch hundertprozentig hin. Jetzt macht dich da nicht kaputt. Komm, lauf schneller. Boah, mach ich jetzt meine Taktik weg? Nein, wer da hat hier eine Taktik? Boah, ich glaub, ich weiß nicht, wie wir hier durchkommen. Ich glaube, jetzt hab ich die übelste Hammerge... Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt hier links kann... Nein, nein. Oh doch. Genau hier. Nein, doch. Nein, nein. Doch, doch. Doch. Und jetzt kann man jetzt wieder links? Jetzt sofort ist der Sackgasse. Ja. Ne, jetzt kann man wieder links. Und hier kann man weiter. Nein, ihr wollt nicht noch weiter gehen. Ich hab's mir doch gesagt, dass hier eine Sackgasse ist. Will ich in die Ecke und weinen. Aber warte, hier sind wir richtig. Hundertprozentig. Wir müssen hinter dem Eingang nämlich hier laufen. Scheiße. Soll wir dann hier rechts laufen, oder? Ja, ich glaub jetzt hier einfach rechts. Man muss echt hinter den Eingang. Das stimmt. Oh ja. Ich halt mich jetzt einfach mal hier. Das sieht gut aus hier. Das sieht gut aus hier. Das sieht gut aus hier. Leut. Jetzt hier waren wir noch nicht. Aber jetzt sind wir sicher, dass wir hier noch nicht waren. Okay. So. Jetzt hier lang. Oh, das sieht gut aus. Nein! Boah, schon wieder eine Sackgasse. Das ist doch scheiße. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin jetzt tatsächlich an einem Ort, wo ich noch nie war. Ja, ja. Dann war mal, weil... Ohne Spaß in so einem Säulenraum. Kapitel beschädigen, dass es den gibt. Ja, das stimmt. Da bist du auch im richtigen Weg. Ah, und jetzt bin ich hinter dem Eingang. Und da ist es. Ja, Hadi. Du bist ein Nubi. Pass auf. Ich f*** dir zu. Beim richtigen Weg zumindest. Ich bin noch nicht ganz safe. Wahrscheinlich glaube ich, dass auszusehen hier wieder raus oder so. Das gibt es doch gar nicht. Wo bin ich denn hier? Ihr bist denn so da hingekommen, du f***gesichtiger Mongo? Könnte ich dir jetzt sagen. Aber nicht, wenn du so böse zu mir bist. Du musst schon ganz lieb zu mir sein. Bettel. Nee. Okay, die zweite Etage habe ich auch geschafft. Ihr Bobbys. Jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich noch eine dritte Etage gebe. Muss ich jetzt erst noch was gut schaffen. Aber der immer rechts laufen Trick funktioniert. Übrigens bist du da wirklich am richtigen Weg, Bram, bei den Säulen. Aber ich bin wirklich immer, immer, immer rechts. Alter, wenn man jetzt hier noch sterben kann, dann ist das nicht mehr witzig. Was ist das denn hier? Der ist schon ziemlich abgefuckt. Komm mal, jetzt bin ich wieder am Reingang. Ich habe mich jetzt hinter den Säulen verlaufen. Ach soo, was kommt denn hier jetzt? Moment, kann man sterben? Ja, halt, guck mal. Ich bin auf der anderen Seite der Wand von dir. Du bist nur da hingekommen, das kann einfach nicht wahr sein. Boah, ich bin so geil, wa? Ohne Spaß, ich kann deinen komischen Duft bis hier riechen durch die Wand durch. Soll ich dich da hinfinden, das hatte ich? Wie bist du Fickgesicht in der Hänge? Ich laufe jetzt einfach zufrieden. Peter sagt, die ganze Zeit rechts laufen. Ich muss mir weiter jetzt. Na geil, dass ich links gelaufen bin. Ich habe deine Taktik gemacht, Audi. Also ich laufe jetzt mal hier lang, wenn ich auf den linken Gang gelaufen habe. Das hat funktioniert. Aber ohne Spaß, ich kann dich sogar wirklich abholen. Ich weiß sogar wirklich mittlerweile, wie ich da hinkomme. Wenn du was möchtest. Ja, ich bin jetzt hier gerade links. Ich kann dir helfen, Audi. Battle. Hier sind auf jeden Fall unterschiedliche Checkpoints, soweit, so gut. Okay, what the fuck. Was ist das denn hier schon da für eine Scheiße? Du bist fast da. Das ergibt alles hier noch keinen Sinn. Für zum Thema Nur rechts.